was ist hier wo sind meine sachen wo sind meine sachen und bitte meine sachen also was ist nur was aber man ich habe hunger wo ist das denn das sind nicht meine sachen oder ich mag noch so ein schwert das ist eine brustplatte die erinnert mich an eine brustplatte war wichtig das ist doch von unsere unsere neueste erfindung aber egal wenn es jetzt richtig heftig hunger und es ist okay es müsste man nicht hast diese vier nein es ist doch jetzt monster zeit die er sind ich jetzt aber die verbrennen gerade um es muss man so was soll ich das machen ich muss auch zu diesen alten typen mann der mir geholfen hat sie ist ja noch irgendwas was soll ich jetzt machen die kommen jetzt nicht hin hallo ist ich muss ganz schön zu diesem alten mann ich hoffe mit ihm ist nichts passiert oder wo ist dieser ist das monster ok ist schon unente interessieren mich jetzt nicht okay ich muss ganz schnell rennen ich muss zu diesen typen rennen und dieses ding ich sehe das immer noch sind strahl oh man eine spinne ich bin okay ich muss hier umlaufen mit mir auch bären 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 könnte ich nehme perfekt noch ein spinne ich muss durch diesen tun vielleicht für den das ist okay das schneider kein tunnel okay vielleicht hier noch ganz schnell so sagen schnell wie hier sind echt eklig aber ich weiß nicht immer noch nicht heute von heute ich weiß nicht was ich machen so um brennt es hier und was ist da passiert und wer ist das das sind doch skelette die über dieser basis die oder ich hoffe der sieht mich nicht hatte was ist mit dem geht es dem alten mann gut und nein 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 ich finde ich ich sehe ihn zu alter man alter mann wo bist du und nein das ganze haus ist kaputt ich glaube ist für geflüchtet oder hey das sind meine sachen das normalische breitschwert das sind doch meine sachen hier was machen die denn hier die fahren dass die das genommen haben wenn ich die in die fingern noch mal kriege hier sind auch diese ganzen fackeln brot und so wasser ich das wasser mit nehmen egal ich lass es hier falls euch jeden kommt oder so man das ist hier passiert sie wurden noch geschmissen nein der brunnen komplett zerstört sieht so aus das riecht verbrannt aus noch ein bisschen ja ich jetzt noch obsidian wir haben gelernt also ich in unserer schule das obsidian entsteht wenn labe auf wasser kommt hallo schäfchen alter mann bist du vielleicht in den wald gelaufen und dann hat mich gesehen hey du blödes skelett was habt ihr mit mit dem alten mann gemacht was macht er hat richtig gestochen was was ist das noch ein paar und eine ender perle sagt mir nicht ich werde erinnern auf brauchen falls zum testen auf keinen fall oder wenn das die echte ist dann dürfte ich den jetzt niemals auf brauchen okay jetzt mit dem haus ist mir egal ich kann nichts dagegen machen es tut mir nicht leid aber ich muss jetzt rennen und für mich von diesen komischen beschnitten herrn halten außer die hier sind die mann direkt an den füßen was passiert hier man man geht so vorsichtig vorsichtig bin grad richtig gestresst deswegen lauf ich überall rein mann okay das tut mir echt leid mein körper okay ich brauche ich jetzt eigentlich gar nicht pack ich sie immer rucksack so vorsichtig ich muss vielleicht noch ein dorf oder so wenn vielleicht könnte ich zu dieser burg zu unserer burg laufen aber wahrscheinlich geschafft mir ist nicht wir haben drei burg und eine davon steht richtig weit weg von hier auf jeden fall in tagelang gelaufen von da sehen glaube ich nicht dass ich wieder finde aber vielleicht die anderen zwei burg oder sogar ein paar dörfer da oben komme ich hin jetzt hier hinspringen sportlich sein was ist das ist einfach nicht was passiert ist ich hoffe man geht es gut wahrscheinlich ist nicht so aus aber ich hoffe es trotzdem ich finde ich irgendwo ein dorf und bis ich hier hochkomme das dauert bestimmt sehr lange bis sie irgendwas finde ich denke mal ich sollte mal kurz mit denen sprechen welche das sagen hat wenn sie dann noch nicht hören dann muss ich ihnen einen auf die rübe geben weil dann geht das ja gar nicht ja so wo seid ihr klein ich habe ich weiß dass das sind leute die hatten einfach angst dass ich irgend so ein bandit bin oder so ich hoffe mal an hier darf ich rein hallo könnt ihr reden hallo und schießen wir auf dich wir dachten du wirst ein bandit oder so ein bandit oder so okay kann ich rein ja ja komm rein okay dankeschön hey warum hat die mich denn angegriffen ja das waren das sind die jäger wir äh ich hatte damit nichts zu tun du warst doch derjenige nein nein ich hab noch drei also ein großer bruder also großer bruder von meinem sohn und meine frau okay ihre frau sogar ja hast du ein problem damit nein 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 aber wieso habt ihr es gemacht wie ich schon sagte wir dachten äh du wärst ein bandit oder so okay aber irgendwie kommst du mir bekannt vor äh nein 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 du kannst mir nicht bekannt kommen vollkommen äh du kannst mich doch noch nicht mal und ich dich auch nicht warte sag mal hast du dieses normalische breitschwert da in der hand ja cool ne ich bin auch von der normanischen armee äh ok 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 warum bist du hier äh keine ahnung ich wollte mich einfach nur umgucken äh ich bin abgehauen weil ich war bei so einem alten mann und danach ähm oder ah da hat er mich irgendwo hingeschickt ich muss zum banditenlager aber da waren irgendwelche skeletten mit so piratenrüstung und so und keine ahnung danach sind was komisches passiert ich bin eingeschlafen ähm weil bei so monster waren und so bin ich aufgehauen ich hatte keine sache mehr und äh da mich zu diesem alten mann zurückgegangen und dann war alles kaputt der alte mann war weg und ähm die sachen habe ich dann wieder geholt und ja hier sehe das habe ich jetzt wieder auch das normanische äh bogen den normanischen bogen ja 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 entschuldigung äh ok was ist das denn jetzt ähm s ähm ja was was passiert hier hä warum bin ich hier oben ey komm da runter äh was 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 ist das was ist das für magie das ist keine magie du hast warte du hast sie ah nein 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 ja was passiert hier mach das wieder weg ja 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 entschuldigung Entschuldigung mach das wieder weg ok ja ja ich mach das ja ich war ein sauberer oder was hey da seid ihr ja warum habt ihr mich angegriffen hier äh das ist meine frau ok und das ist mein äh zweiter größter so größter so ok hallo hallo wir dachten du wärst einfach an dich deswegen haben wir dich angegriffen tut uns leid ja tut uns leid ok ja entschuldigung genau ähm ähm mal sagen ich glaub ihr habt ein haus wo überall dieses was man hier machen kann oder denn das so treppen in den blöcken drin ja genau deswegen ok ähm dann würde ich mal sagen könnte ich vielleicht eine nacht hier bleiben ja du kannst unten schlafen im keller ok dankeschön ok ich gehe dann mal schlafen ich bin echt richtig müde ok dann gute nacht ne dankeschön gute nacht wo ist eigentlich euer sohn äh der spielt draußen ich hab ihn erlaubt ok ok dann gehe ich mal schlafen ok gute nacht ne ja gute nacht ja deine nacht gute nacht alter was ist stimmt nicht mit denen die sind echt komisch und was ich kann das sogar hier machen was sind das für holz blöcke ok krass ok ich dachte erstmal wirklich ein zauberer ok was ok was ist warte 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 ich muss die hier wir kurz drücken wo ein bett oder so weil ich weiß nicht ob da auch so einen steinigen boden schlafen wird äh ja könnt ihr kurz schnell bringen aber jetzt ok 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 dankeschön ok was ist das hm warte ich gucke mal ich kenne dich irgendwie ganz schnell ui was machst du da äh äh was oh nichts 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 ich mach gar nichts oh sie haben schon im bett gebracht oh dankeschön ok sie können dann nach oben gehen ok warte warte mal wollte ich den hebel drücken äh nein 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 wollte ich nicht ich hab nur geguckt ob äh ob es irgendwie was irgendwas ist oder so keine ahnung äh ich auf jeden fall wollte ich ihn niemals drücken nein 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 ok weil das ist echt ein blödes ding wenn du ihn drückst kapiert ja ja ok ok äh sie können dann jetzt nach oben gehen ne ok ich geh jetzt auch sonst weiter mal nach oben und lass meinen augen drücken zu drücken weil wir dachten weil wir dich einfach so angegriffen haben ne tut uns auf jeden fall leid ok dankeschön ja ok tschüss ok ok so dann geh ich mal vielleicht schlafen und ich gucke dann was ich hier machen mir und vielleicht versuche ich dann später morgen dann zum komischen hebel zu drücken ok Ja, dann leg ich mich heil. Gute Nacht.